Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu React. Heute wollen wir ein bisschen weitermachen. Letztes Mal haben wir uns eine coole kleine Uhr geschrieben, die sich selbst aktualisiert. Das ist schon mal ein cooler Anfang. Dieses Mal wollen wir allerdings Komponenten, ja, mehrere Komponenten schreiben. Also zum Beispiel eine automatisch generierte Liste, die einfach zu lang ist oder dynamisch ist. Das heißt, sie hat nicht immer die feste Länge von zum Beispiel 2 oder so, sondern es ist einfach eine dynamische Länge und ja, wir wollen alle Elemente selbstverständlich anzeigen. Das könnte man zum Beispiel hier auch wieder bei GetInIT, die auch diese Folge wieder unterstützt haben, nochmal herzlichen Dank dafür, könnte man hier auch wieder bei den Unternehmen finden. Und zwar 1466 Unternehmen. Ihr glaubt ja wohl nicht, dass GetInIT die wirklich alle hier als Diff eingefügt hat. Das ist ja kompletter Quatsch. Da wären die ewig dran und deswegen gibt es im Endeffekt einige Informationen über so ein Unternehmen, das nach Mitarbeitern sucht, wie zum Beispiel hier der Name, die Anzahl an Jobs und welcher Bereich das ist und wo das Ganze ist, ja. So, und dann sehen wir hier zum Beispiel auch, bei Aldi gibt es 80 Jobs, da ist aber eine komplett andere Kategorie und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Auch das Bild ist eins dieser Daten. Und im Endeffekt ist jedes dieser Elemente, vor allem wenn wir hier drauf klicken, ist es deutlich, jedes dieser Elemente ist eben genau ein Listen-Element zum Beispiel. Und wir wollen natürlich nicht 1466 Mal hier ein Listen-Element einbringen und da wären wir ewig dran, ja. Sondern wir wollen die ganzen Elemente dynamisch erzeugen. Und dazu müssen wir eben auch eine Möglichkeit haben, beliebig viele Elemente auszugeben. Außerdem kann es natürlich sein, wir klicken hier auf ein Element und dann muss ein Klick verarbeitet werden. Und genau diese zwei Kategorien wollen wir sozusagen heute machen. So, wir gehen jetzt also mal wieder in unsere Index.js hier rein und ja, wir brauchen als allererstes mal einen Button. Das heißt, wir wollen zuerst das machen, dass das Element quasi verschwinden kann. Das ist egal, ob es verschwindet oder ob ihr dann drauf klickt, das bleibt euch überlassen. Aber wir wollen hier einen Button haben, damit Elemente verschwinden können. So, dazu schreiben wir selbstverständlich wieder mal eine Klasse und zwar nennen wir diese Klasse jetzt MagicButton. Denn ja, dieser Button ist einfach magisch, ja. Also der ist komplett magi hier. So, React.component ist natürlich wieder mal nötig, damit wir das Ganze auch später verwenden können als Button sozusagen. Damit wir diesen Button einfach so benutzen können. Und ich habe euch letztes Mal gesagt, wir brauchen in jedem Fall eine Render-Methode. Das ist auch allgemein gültig. Deswegen müssen wir hier eine Render-Methode reinschreiben. So, eigentlich nicht besonders schwer. Wir geben hier selbstverständlich einfach nur einen Button zurück. Das heißt, wir sagen hier Return. Und ja, jetzt müssen wir hier drin einen Button schreiben. Und zwar einen richtigen Button, okay. Den wir nachher quasi vereinfacht darstellen. So, das heißt, wir schreiben uns einen Button. Und dieser Button hat eine On-Click-Methode. Ich mache jetzt hier erstmal den Button zu. Und wir schreiben auf diesen Button Delete Me. Ja, so, das ist quasi der Delete-Button. So, und jetzt müssen wir dem Button noch Funktionalität geben. Ihr kennt das Ganze aus normalem HTML. Es ist jetzt keine große Magie hier dabei. Bisher zumindest. Ja, der wird noch magisch. Aber wir brauchen ein On-Click-Istgleich. Und jetzt kennt ihr das vielleicht, indem man hier einfach diese JavaScript-Methode quasi angibt. Das wollen wir hier nicht haben. Wir schreiben hier JSX. Das heißt, wir brauchen diese geschweiften Klammern und sagen, okay, was genau wollen wir denn da reinschreiben? Nun, wir haben ein Event hier, okay. Das heißt, wir bilden ein Event ab. Bei so einem Ding ist normalerweise immer Lambda dabei. Also eine Lambda-Funktion. Das heißt, wir bilden hier ein Event E ab auf eine Funktion, die diesen Event dann eben verarbeitet. Das heißt, this Punkt, und jetzt können wir hier machen, was wir wollen eigentlich. Wir können das Ding nennen, wie wir wollen. Hier gibt es jetzt keine wirkliche, ja, Vorschrift, wie das Ding heißen sollte. Deswegen nehmen wir hier einfach eine Delete-Me-Methode. Und ja, hier gibt es jetzt natürlich noch Parameter. Achtet auch darauf, dass ich hier vorne this gesagt habe. Das ist auch gleichzeitig noch ein Parameter. Ihr könnt hier übergeben, was ihr wollt. Aber im Endeffekt, nun ja, brauchen wir hier nicht mehr. Wir können aber hier zum Beispiel auch noch andere Parameter mitgeben. Irgendwelche IDs oder sonstige Dinge. In dem Fall brauchen wir aber einfach nur ein E. Also ihr könnt hier so viele Parameter reinpacken, wie ihr wollt, ja. Aber wir brauchen hier nur ein E. Und was wir dringend brauchen, ist dieses This. Wir sind nämlich hier in einer Klasse, okay. Das heißt, wir können nachher diesen Button hier noch anders benutzen. Wir können noch andere Methoden in diese Klasse reinschreiben. So, jetzt fehlt uns natürlich selbstverständlich noch diese Delete-Me-Methode hier. Denn ja, die haben wir noch nicht definiert. Also was machen wir? Wir schreiben diese Delete-Me-Methode. Delete-Me. Und die soll bitte eingerückt sein, liebe IDE. Und die handelt natürlich ein Event. Das müssen wir aber zum Glück nicht unbedingt angeben, ja. Sondern wir können hier einfach direkt weitermachen mit dem Code, der diesen wundervollen Button löscht. So, jetzt haben wir hier ein Löschen. Dieses Löschen ist allerdings kein echtes Löschen löschen, sondern es nennt sich unter React bedingtes Rendern oder Conditional Rendering, ja. So, und jetzt benutzen wir mal wieder die Information, die wir letztes Mal hatten. Und zwar hier oben das mit dem State, ja. Das müssen wir jetzt eigentlich nicht so kompliziert machen, sage ich jetzt mal. Aber wir tun jetzt einfach mal hier, naja, quasi das, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich mache das mal ganz kurz. Und zwar sagen wir hier auch wieder ein Constructor mit Props, selbstverständlich. Und dann sagen wir hier, super, von Props, das haben wir alles letztes Mal gemacht. So, und hier können wir dann einfach einen neuen State angeben. This.state ist gleich, und zwar Render is true, okay. So, und das ist eigentlich alles, was wir hier haben wollen. Abgesehen von dem Semikolon, das wollen wir natürlich auch noch haben. So, und hier unten sagen wir jetzt, okay, wenn das Ding gerendert werden soll, ja. Also, if Render, wenn wir es auch wirklich rendern wollen, dann gib doch bitte diesen Button hier zurück. So, jetzt müssen wir das noch kurz einrücken hier. Falls es aber nicht gerendert werden soll, also else, also falls das Ding false ist, dann gib doch einfach mal null zurück. So, und jetzt seht ihr auch schon, was wir hier eigentlich in der Delete Me machen müssen. Das kann man nämlich auch wunderbar hier drin schreiben. This.setState ist gleich, äh, Quatsch, ist gleich, ähm, sondern Klammern will ich haben. Und, so, und dann schweifen wir die Klammern auch noch und sagen hier drin selbstverständlich Render, Redner, ähm, Render ist false. So, cool. Ja, und jetzt haben wir eigentlich schon den Button fertig soweit. Ähm, wenn wir jetzt da draufklicken, dann wird dieses Delete Me einfach auf false gesetzt und der Button verschwindet. Ah, und ich meine natürlich hier this.state.render, ja, das ist ja klar. So, und dann müssen wir das hier unten noch kurz eintragen. Wir nehmen jetzt mal kurz temporär den Magic Button, um den hier einzutragen, okay, ähm, und anzuzeigen. Aber wir brauchen nachher noch was anderes, okay, also wir sind noch nicht fertig. So, und, ja, dann sehen wir hier, wenn wir kurz auf die Website wechseln, wir haben einen neuen Button, da steht einfach nur Delete Me drauf, das ist ein furchtbar hässliches Teil, wir haben auch kein CSS oder sowas drin, aber wenn wir draufklicken, verschwindet der Button, er ist halt weg, ja, und er kommt auch nicht wieder. Das ist ein kleiner Spoiler, er kommt erst wieder, wenn ihr die Seite neu ladet. Okay, aber das ist schon mal ein guter Anfang. Damit kann man arbeiten und, ja, jetzt wollen wir das Ganze noch iterativ erzeugen. Das heißt, wir wollen vielleicht, stellt euch einfach mal, wie gesagt, diese Liste hier vor und da wollen wir quasi eine Liste haben an Buttons, die wir dann am Ende löschen können. So, und das heißt, was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen eine Liste, wir brauchen mehrere Elemente. So, das bedeutet, wir schreiben hier mal ein bisschen weiter. Und zwar sagen wir hier, wir wollen eine neue Klasse schreiben und zwar nennen wir die jetzt Magic Table. Wer hätte es gedacht, ne? Ähm, und die extendet selbstverständlich auch wieder React, äh, nein, React Punkt, äh, Alter, was ist los mit dir? Geh auf damit. Also, ich schreibe es aus, React Punkt Component. Okay, 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 das da will ich haben. So, perfekt. Okay, cool. Ja, und jetzt haben wir eigentlich schon alles, was wir wollen. Ähm, jetzt brauchen wir nur noch, selbstverständlich, wie immer, die Render-Methode. Bam. Und die ist eigentlich in diesem Fall gar nicht so komplex, denn wir sagen hier drin einfach nur Return. So, und jetzt machen wir aber trotzdem noch ein kleines bisschen Magie, okay? Ähm, weil sonst wäre es ja keine Magic Table, ist ja logisch. Und deswegen sagen wir hier drin, okay, wir geben einfach nur ein Table zurück. Und in diesem Table, naja, da packen wir JavaScript rein. In this.createTable. Ups, Table. So, und dieses CreateTable schreiben wir uns jetzt oben drüber. Und hier passiert eigentlich das wahre coole Zeug. CreateTable ist einfach eine Methode und die macht folgendes. Die baut uns quasi die Innereien von unserer Tabelle, ja. Und diese Tabelle sieht folgendermaßen aus. LetTable gleich das da. So, und jetzt für eine gewisse Anzahl, also for let i gleich, wo fangen wir denn an? Mit 0, selbstverständlich wie immer, i kleiner soll. Jetzt müssen wir überlegen, wie viele Elemente wollen wir haben. Wir sagen jetzt einfach mal 10 Elemente wollen wir. Und wir sagen i++, okay. Und jetzt sagen wir, wir wollen hier drin die, also vergesst nicht, eine Tabelle kann auch natürlich noch Columns haben und Reihen haben, ja. Wir machen jetzt hier einfach nur mal ein einziges Ding und dann passt das auch. Wir wollen ja nur ein paar Beispiele haben, aber das Prinzip bleibt dasselbe. Wir machen uns jetzt hier ein paar Kinder quasi. Ja, wir machen quasi Sex, I guess. Okay. Let j gleich 0, ups, gleich 0. Und, beziehungsweise nein, lasst uns das ein bisschen vereinfachen und lasst uns einfach folgende Methode verwenden. Table.push, damit packen wir quasi was in diese Tabelle rein und sagen wir hier mal, nun ja, wir wollen ein T, also eine Table Row, ein Table, ein Table Inhalt sozusagen und zwar mit dem Magic Button hier drin, so. Und ihr könnt, ja, okay, das brauche ich nicht. Ihr könnt natürlich hier so viele, ja, das muss noch, ihr könnt natürlich hier so viele reinpacken, wie ihr wollt, ja. Das bleibt ganz euch überlassen, das stimmt doch, was mit den Klammern nicht. Ihr könnt selbstverständlich in Zeilen reingehen, in Spalten reingehen, ihr könnt alles damit machen, okay. Ich habe jetzt hier mal nur ein paar Beispiele hier gebracht, damit ihr seht, dass man auch solche Elemente iterativ erstellen kann und dass das hier eigentlich auf diesen komplexen Button hier oben referenziert, da kann alles drin stehen. Das ist einfach nur eine React Component. Die können irgendwie geschachtelt sein, so wie ihr das gerade haben wollt. So, jetzt ist natürlich noch folgendes wichtig, wir müssen hier unten, selbstverständlich damit wir hier auch was createn können, ja, müssen wir hier auch diese Table zurückgeben. Das heißt, wir sagen hier Return Table und hier müssen wir selbstverständlich auch noch den Button ersetzen durch das Table, weil der Button wird jetzt anders eingebracht sozusagen, ja, weil der Button steht ja jetzt hier quasi in unserem Magic Table drin, okay. Und genau, das ist es eigentlich auch schon. Jetzt können wir rüber wechseln zu unserer React App und wir sehen hier direkt, bam, zehn Buttons. Wenn ich den lösche, dann rutschen die anderen eins hoch. Das heißt, ich habe wirklich hier quasi eine kleine Liste geschrieben und ihr seht, hier habe ich allerdings ein bisschen Abstand. Und das liegt daran, dass diese Elemente nun ja nicht vollständig re-rendert werden. Wir wollen uns das nochmal ganz kurz angucken und wir untersuchen das Ganze jetzt hier mal. So, und lasst uns mal ganz kurz das ein bisschen größer ziehen. Das brauchen wir gerade nicht. Okay. So, und jetzt gehen wir hier mal drüber. Ja, ihr seht diese jeweiligen Elemente. Also TR, 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 TR und so weiter und so fort. Wir machen jetzt mal das oberste Table Row auf und das oberste Table Data machen wir auch auf. Und hier haben wir den Button Delete Me drin, okay. Und wenn ich jetzt auf den obersten Delete Me Button klicke, das ist der, den wir hier gerade aufhaben, dann klicken wir den weg und dann sehen wir hier, dass einfach der Table Data Inhalt leer ist. Das bedeutet aber trotzdem noch, dass der Platzhalter von dem Table Data und von dem Table Row immer noch gegeben sind, ja. Das heißt, mit diesem Delete Me Button löscht ihr nur den Button selbst. Der Button ist danach aus unserem HTML-Dokument weg. Aber das Table Row und das Table Data Element, die bleiben ja bestehen. Ja, mit dem Delete Me Button höre ich nur auf, den Button selber zu rendern. Also wir haben hier das Ganze für den Button implementiert, aber nicht für Table Data oder Table Row. So, wenn ihr das auch noch drin haben wollt, dann müsst ihr hier diesen Button mit diesem TD und dem TR umgeben. Ja, dann verschwindet wirklich das Table Row. Das könnt ihr ohne Probleme machen, indem ihr einfach das hier, also wenn ihr das so wollt, das ist jetzt wirklich nur so ein Angebot quasi, das könnt ihr ohne Probleme machen, indem ihr das hier dahin auslagert. Dann habt ihr aber den Button natürlich nur noch verfügbar für dieses, ähm, naja, eben für diese Tabelle. Also ihr habt dann quasi einen Tabellen-Button, ja, der geht nur noch in Tabellen. So, ähm, aber das ist völlig fein, wenn ihr das haben wollt. Vielleicht schreibt ihr sogar noch eine Rapper-Klasse drumherum und Rapper ist hier nicht R-A-P-P, kein Eminem, keine Eminem-Klasse, sondern mit W, okay? Also quasi eine Drumherum-Klasse. So, wenn wir uns das jetzt angucken, jetzt gehen wir nochmal kurz hier rein und aktualisieren. Und jetzt habe ich hier ein Table Row, Table Data. Wenn ich jetzt auf den Button klicke, dann sehen wir hier, verschwindet wirklich das Table Row. Das heißt, wenn ich hier alle wegmache, oh, ups, ähm, ja, das war vielleicht einer zu viel. Ich mache hier mal in der Mitte alle weg. Ihr seht, die verschwinden einfach restlos, ja. Davor war immer noch dieses Table Row, Table Data da und ihr hattet so ein paar kleine Platzhalter dazwischen. Gut, ähm, ja, ich glaube, das ist erstmal genug Information. Damit könnt ihr jetzt wirklich so eine coole Liste hier machen, wie wir das hier haben. Ähm, verbindet das Ganze vielleicht mit Datenbanken. Das heißt, ähm, ihr habt natürlich diese Jobs hier nicht in eurem, nicht in eurem React drin. Und die werden auch nicht einfach so dargestellt, sondern die werden aus einer Datenbank ausgelesen und dann werden sie angezeigt, okay? Und das bedeutet, diese ganzen, ähm, Unternehmen, die hier angezeigt werden, die stehen natürlich nicht im Frontend. Die stehen im Backend. Und dieses Backend, das hat eine API und die kann angefragt werden. Das ist ein riesiges, komplexes Thema. Wir machen hier nur das Frontend, sprich das Anzeigen von diesen Elementen, ja. Aber das, ähm, das Holen von diesen Elementen und so weiter, das findet ihr in anderen Videos von mir, in JavaScript, in jQuery findet ihr das. Ihr findet das in, also das Backend zum Beispiel, findet ihr mit Python Flask oder mit PHP oder, oder, oder. Da habt ihr so viele Möglichkeiten. Und ja, wir machen hier quasi wirklich nur das Anzeigen im Frontend. Also wundert euch nicht, dass die Beispiele relativ simpel sind. Ich will einfach nicht dieses riesige Fass aufmachen mit Backend dann noch. Weil dann werden die Videos statt 15 Minuten, was schon ordentlich lang ist, ähm, werden die über eine Stunde. Und das, äh, will ich euch echt nicht geben, weil es dann wirklich sehr komplex wird. Cool. Ähm, ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen, dass mir gerne wieder Feedback da. Falls ihr mir einen Daumen hoch gebt, schreibt mir gerne warum. Falls ihr mir einen Daumen runter gebt, schreibt mir gerne warum. Und ja, dann kann ich natürlich immer wieder Sachen besser machen. Und genau, dann war's das von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.